Also, im Fuhl, hast du dich nun auch genügend ausgetobt für die nächsten zwei Monate? Doch noch nicht! Grüß mein Mann herauf, begrüß mit der Hand, warum er nur ihm bereist. Der Gefrautanzer wie eine Pliege, vernehmete sich, ein Mann tanzt gar nicht mehr. Er behauptet, schnell zu bekommen, Herr Bekugnis, ein selten geeigneter Begleiter für deine arme Verlassene. Von dir steht so vernachlässigte Frau. Das ist gut, das soll ja noch hören! Lieber Schatz, schicke mich doch wieder zwei Billette morgen zur Oper, nachher wie immer in der Bar. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Lesen Sie! Du kennst, Witzemeyer, deine unteuer Wiesern, wir sind auf immer geschieden, haben Sie einen Scheidungsgrund? Kennen Sie Witzemeyer! Wer ist das? Wer ist das? Der Scheidungsgrund! Wer ist das? Der Scheidungsgrund! Er ist das? Wer ist das? Der Scheidungsgrund! Der Scheidungsgrund!